Einen wunderschönen guten Tag allerseits. Willkommen zurück zu Let's Play Medieval Dynasty. Schön, dass ihr wieder dabei seid. Liebe Frau, es ist Zeit schlafen zu gehen. Lass das Kind schlafen. Himmel, Herrgott. Ich gehe auf jeden Fall jetzt Bubu machen. So, guten Morgen. Frau, wie geht's? Mach's gut, meine Liebe. Ich gehe arbeiten. See you soon. So Geschichten wie Feldarbeit und so, das ist natürlich alles noch normal, ne? Nicht, dass ihr jetzt denkt, oh, ist alles gecheatet. Ne, ne. Wir können jetzt nur schneller herstellen. Und wenn ich mich jetzt richtig erinnere, jetzt so langsam, aber sicher kommt meine Erinnerung an die letzte Aufnahmesession zurück. Ich glaube, ich wollte heute ein paar Gebäude verputzen. Genau, so war's. Jetzt weiß ich's wieder. Und dann würde ich sagen, fangen wir doch gleich mal an. Ein bisschen was haben wir. So, das heißt, wir legen los. Und das Schöne an dem Streamer-Modus ist ja, dass wir dann mehr Zeit haben, um zum Beispiel mal das Dorf ein bisschen schöner zu gestalten, ne? Das ist ja auch was. So. Aber jetzt erst einmal alles so weit weghauen, was wir an Kalkstein haben. Reicht natürlich lange nicht für alles, ne? Das ist ja klar. Das wird uns never ever reichen, was wir hier haben an Kalkstein. Äh, jetzt hab ich's. Hm. Hust, hust. So, da. Es wird uns niemals reichen, ne? Also es ist viel zu wenig, was wir bislang an Kalkstein farmen haben lassen. Aber so ein bisschen. So ein bisschen was können wir machen. Das ist ja auch schon was wert, ne? So. Guten Tag. Hallo Roland. Moin Moin. So. Und dann können wir eigentlich den Streamer-Modus, wenn wir das gemacht haben, so ein bisschen ausnutzen. Und können mal etwas in die... Äh, Kleidungsherstellung reingehen. Klingt nach einer Idee, oder? So. Verputzi. Mensch, das ist ja putzig. Haha. So. Gut. Das wär hier schon mal gemacht. Die Luxusbude, natürlich. Auf jeden Fall. So. Oh. Da gibt's schon wieder ein Problem. Das ist ja... Das ist ja ein Träumchen. Die Schmiede. Was fehlt euch denn? Was fehlt euch denn? Für Steinmesser fehlen euch Stöcke. Gut, das... Kriegen wir hin. Würde ich sagen. Holen wir mal ein paar Stöckchen. Alter, wie der größte Herbststurm hier, ne? Ich glaub, das ist der Klimawandel. Wir müssen aufhören zu schmieden. Zu viele... CO2... Emissionen. Durch die Schmiede. Und die Schweine pupsen zu viel. Aber da hab ich schon ne Idee. Da packen wir so... An die Hintern quasi. Packen wir da so Filter dran. Mit Schlauch. Und dann leiten wir den ganzen Spaß... In so ein Silo rein. Klingt nach ner Idee, ne? Ich weiß. Ich hab die besten Ideen. So. Gut. Dann lagern wir das mal schnell ein. Ja, jetzt haben sie auf jeden Fall... Wieder ein bisschen. Das passt wieder, ne? So. Steinchen gehen auch noch weg. Und jetzt möchte ich mal schnell gucken. Wir haben haufenweise Pelz. Wir haben haufenweise Stroh. Hm. Hm. Leder haben wir nicht ganz so viel. Jetzt machen wir erstmal noch hier weiter. Das... Das muss jetzt noch kurz sein. Damit das weg ist, das Zeug. So. Noch ne Runde verputzen. Und dann gucken wir mal. So, das war's. Aber ich find das sieht ganz cool aus. Ich mag diese verputzten Gebäude. Die sehen mega geil aus. Gut. Jetzt wollte ich mal schnell gucken bei der... Bei der... Bei der... Bei der Gewinnung. Ja. Die Überlegung war, glaube ich, ne? Dass wir uns nochmal einen Grabungsschuppen holen. Einen dritten. Aber ich glaube, darauf verzichte ich jetzt erstmal. Und widme mich stattdessen Produktionssachen. vor allem dem Flachs... Flachs. Leinengarn. Wo Flachs? Oder dem Hafer? Ne, Flachs. Dem Flachs widmen wir uns. So. Ich mach den jetzt mal. Damit wir einfach weiterkommen. Er ist ja echt ein Traumwetter, ne? Also... Wie bestellt... So, Entschuldigung. Gehen Sie mal weg, junge Dame. Herzlichen Damen. Ich muss hier mal... Na nü. Ach, das zählt... Das zählt da gar nicht dazu, oder wie? Ah, wurde nicht gespeichert. Okay. Änderungen übernehmen. So, jetzt aber. Fertig. Hey. Super. Wunderbar. Tolli. So. Die Flachsalbe lassen wir gleich mal im Inventar. Und die Leinsamen gehen raus. Und dann wollen wir die gleich mal weiterverarbeiten. In der schönen Näherei. So. Leinengarn. Das ist das Schöne. Das dauert jetzt einfach nur noch diese paar Sekündchen. Und dann ist das Ding durch. Dann haben wir 66 Leinengarn. Zack. Und das Zeug wiederum können wir dann einsetzen. Ich überlege gerade für was. Ja, Wollstoff haben wir noch nicht, ne? Wollstoff ist noch nicht drin. Sowas können wir uns noch nicht leisten. Äh, da waren wir gerade. Was kann man überhaupt alles aus Leinen machen? Wir könnten natürlich. Haha. Wir könnten jetzt natürlich. Warte, warte, warte. Den Fischspeer herstellen. Genau, da ist er. Stein, Holzstamm und Leinengarn. Und dann könnten wir die Fischerei wieder in Betrieb nehmen. Das ist doch eine Idee. 66 waren es, ne? Gut, so viel haben wir nicht mal. Aber wenn wir nur 10 machen, dann ist das glaube ich auch schon sehr viel wert. Ähm, jetzt habe ich nur vergessen, was noch rein muss. Steine. Steine waren es. Ich dachte erst an Stroh, aber nee. Stroh war es nicht. So, 25. Ah, wir sind ein bisschen überladen, aber... Das passt schon. Ich müsste jetzt nur gucken. Ah, wir haben nur 10. Okay, dann lohnt es sich jetzt auch nicht hier... noch mehr zu machen. Und dann nehmen wir die Fischerei wieder in Betrieb. Finde ich, ist eine sehr gute Idee. So, 10 Stück. Damit müsste der ein paar Tage auskommen. Sonst steht die nämlich einfach nur sinnlos herum, diese Fischerei. Und das ist ja auch doof. Das muss doch nicht sein. So. Dann schnappen wir uns den Ruhland. Der aktuell ja Jäger... Der aktuell ja Jäger ist. Weiß nicht. Und... Teilen ihn... Der Fischerhütte wieder zu. So. Und in der Jägerhütte... Mal gucken. Da ist jetzt nur noch eine Person drin, nämlich die Lorelei. Und die ist schwanger. Das ist schlecht. Muss man dazu sagen. Das ist ganz schlecht. So, jetzt schauen wir mal. Fischfilet. Fischfilet, Fischfilet. Okay. Dann soll der Roland jetzt einfach wieder Fischfilet herstellen. Ist auch Essen. Kann man auch braten. Schmeckt. Ne? So, 89 am Tag kriegt er hin. Aber dann sollten wir eventuell nochmal ein Haus bauen. Weil Häuser sind alle besetzt, ne? Ja. Alle Häuser sind fertig besetzt. Dann lohnt es sich jetzt eigentlich tatsächlich nochmal eine Hütte zu bauen. Um nochmal... Einen Jäger zu holen. Oh. Die Frage ist nur, wo? Wo machen wir das? Ich meine, hier wäre noch gut Platz. Vielleicht sogar hier. Hier so. In diesem schönen Bereich. Gucken wir mal. Das ist ein kleines Haus. Wir wollen ein einfaches Haus. So, machen wir das. So. Zwölf Steinchen brauchen wir. Dann geht es jetzt wieder los, ne? Bauen, bauen, bauen. Und dann wieder suchen, suchen, suchen. Das Übliche. Ich glaube, ich sammle diese zwölf Steine jetzt mal eben. Weil so viele Steinchen haben wir gar nicht mehr. Und Steine gibt es ja kostenlos. Die liegen da einfach so rum. Das ist doch wunderbar. Müssen wir dann sowieso gucken. Wir werden deutlich mehr Steine brauchen. Aber hier liegt ja das Zeug quasi herum. Das ist ja eigentlich ein Träumchen, ne? So. Aber eventuell machen wir das tatsächlich. Ich hab den alten Tipp gelesen. Einfach ein Materiallager hinstellen. Vor einer Höhle. Und dann dort fleißig abbauen gehen. Die Idee ist schon nicht doof. Vielleicht machen wir das tatsächlich. Dann können wir nämlich selbst auch ein bisschen abbauen. Aber jetzt, wie gesagt, bauen wir erstmal das Haus fertig. Und dann sehen wir uns wieder. Leute, es ist soweit. Wir haben den Stall freigeschaltet. Aber das nur nebenbei. Das heißt, es gibt demnächst Pferde. Hahaha. Schön. Freue ich mich drauf. Bringt mich aber jetzt nicht ab von meinem eingeschlagenen Weg. Wir werden jetzt erstmal dieses Haus bauen. Und dann können wir den statt jetzt erstmal zur Mine zu rennen und dort weiter zu werkeln, werden wir jetzt dann erstmal den Stall dann errichten danach. Aber, wie gesagt, ich wollte es euch. Ich wollte es euch zeigen, dass wir das geschafft haben. Hach. Ein Traum wird wahr. Hurra, hurra. Toll. So. Weiter geht's. So, Bude ist fertig. Dann machen wir uns an den Pferdestall. Und den möchte ich... Ja, ich finde, der passt eigentlich hier ganz gut her, oder? Ist eine teure Geschichte wieder mal, aber wird sich zu 100% lohnen. Und ich werde mir auch gleich zwei Pferde kaufen. Das steht für mich schon fest. Wir holen uns zwei Pferde gleich, damit die eventuell züchten oder so. So, zwölf Steine brauchen wir und wir nehmen gleich mal... Ich vermute mal 15 Holzstämme mit. So. Wird alles gut. Das ist echt toll. Jetzt haben wir... Können wir dann endlich mit Pferden herumreiten. Ich erwarte mir, dass das dann schneller geht als aktuell. Aktuell ist das Reiten ein wenig na ja, ne? Wenn wir ehrlich sind. Aber das wird sich ändern. Meine Lieben. Es wird sich massiv ändern. So. Okay. Oh, wow. Können wir hier vier Pferde halten auf einmal, oder was? Heftig. So, den Schweinchen geht es übrigens gut. Dem Esel sowieso. Der hat nämlich bald ausgedient. Muaha. Ich weiß auch nicht, was ich mit dem Esel mache. Vielleicht mache ich eine Eselzucht auf. Könnte sich lohnen. Kleine Eselzucht und ab die Post. So. Wir brauchen auf jeden Fall auch wieder Bretter. Macht nur Sinn, ne? Ach, schön. Da ist das blöde Wetter gleich gar nicht mehr so wild. Zeige ich euch, wie es ist, da freue ich mich. Klopp. Es ist krass, wie viel das... Wie viel das Holzstämme braucht, das Ding, ne? Heftig. Okay. Ah, hier müssen auch Holzstämme drauf. Ei, ei, ei. Uns werden die Holzstämme wieder ausgehen. Ich sehe es schon kommen. Oh weh. Oh weh, oh weh, oh weh. Das ist ja gar nicht schwe. Ja, würde auch leichter gehen, wenn wir das Zeug mal rauswerfen würden aus dem Inventar, ne? Könnten wir eventuell ein bisschen mehr mitnehmen und so. Ähm, gut. Also. Holz. Stamm. Oh Gott, wir haben nicht genug Holz. Jetzt habe ich einen Bogen mitgenommen. Eventuell die Holzstammproduktion noch mal ein bisschen hoch und die Bretterproduktion ein bisschen runter. Ich glaube, das macht Sinn, ne? Was ist das mal kurz? Äh, hier ist das, ne? Was haben wir da eigentlich freigeschaltet? Wollte ich mal kurz gucken. Ach, nix. Okay. Hätte ja sein können. Gut. Verwaltung. Verwaltung, 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 Holzschuppen. Da fällt es mir wie Schuppen von den Augen. Hm. Der stellt einfach gar keine Bretter mehr her. Und dafür umso mehr Holzstämme. 50 am Tag, genauer gesagt. Wie schaut es hier aus? Da haben wir gar nicht so viel drin. Da ist hauptsächlich Stöcke. Da gehen wir auch ein bisschen hoch. Ich habe das jetzt aber gespeichert, oder? Es ist schon gespeichert. Ja. Gut. Und hier gehen wir ganz dezent runter um 10%. Und dann kriegen wir jetzt 32 Holzstämme. Mich wundert das ja, dass das überhaupt geht jetzt, dass, äh, plötzlich keine Holzstämme mehr da sind. Offensichtlich funktioniert es, ne? Ja. It happens. Aber macht nix. Dann schnappen wir uns ne Axt und jodeln selbst ein paar Bäume kaputt. Das ist ja kein Thema. Hier sind ja wunderschöne Ahornbäume. Die kann man wunderbar zerlegen. Geht schnell. Kostet nix. Außer ein bisschen Arbeitskraft. Zack. Hui. Kleiner Springbaum. Und hey, wir kriegen auch wir kriegen auch wieder Stöcke. Das ist ja auch fantastisch. So. Holzstamm, Holzstamm, Holzstamm. Gut. Oi. Jetzt geht's aber los hier, du. Jetzt kommen die ganz krassen Gebäude. Okay, das reicht uns noch gar nicht. Müssen wir nochmal. Dann judeln wir nochmal ein paar Bäumchen nieder. Aber viele müssen es jetzt, glaube ich, nicht mehr sein, ne? Da reicht es uns jetzt auch, wenn wir eine Fichte legen. Okay. So. Achso, ja. Da könnten wir auch mal schnell gucken. Äh, Naturgewalt. Meister der Zerstörung. Ich nehme die Naturgewalt. Na? So, jetzt noch drei, äh, sechs mal acht. Sechs mal acht. Struh. Ich hätte gern die Möglichkeit, einfach eine Zahl einzugeben. Das wäre schön. Oh, müssen wir hier oben? Ne. Ist oben offen, Gott sei Dank. Yay. Stall. Leute. Warte, eigentlich mit Rakimir davor. Komm, ganz glücklich. Ganz glücklich mit dem Hammer in der Hand. Vor dem Stall. Nice. So. Gut. Nächste Folge. Gibt's dann Pferdchen. Die werden teuer. Das kann ich jetzt schon mal ankündigen. Aber es wird sich lohnen für uns. Das sag ich euch. Ah. Das wird sich so richtig lohnen für uns. Das war's wieder. Dankeschön fürs Zuschauen. Und bis zum nächsten Mal. Bis morgen. Ciao. Bis zum nächsten Mal. Ciao. 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 Ciao.